Herzlich Willkommen im Studio von Sportdeutschland TV hier in Regensburg, die Eisbären Regensburg heute gegen Dresden. An meiner Seite ist Marco Rinner und Marco blicken wir mal kurz zurück auf das Spiel der Eisbären am vergangenen Freitag. Großes Oberpfalz-Derby in Weiden, pickepackevolle Hans-Schröpf-Arena, viele Regensburger mit dabei, aber die mussten dann enttäuscht nach Hause fahren. Erstmal Armin, Servus, Servus nach Hause. Die Eisbären haben nicht viel aufs Eis gebracht. Es gab ein paar Situationen, wo man sagt, so erkennt man sie gar nicht wieder aus der letzten Saison. Es fehlt einiges momentan, um auch nach so einem 2-0-Rückstand wieder ranzukommen. Die kommen zwar ran auf 2-1, aber das war es dann auch. Es sind nicht mehr die Schüsse, die wir früher hatten. Wenig Schüsse, zum Beispiel erstes Drittel waren es genau drei Torschüsse auf das Gehäuse der Heimannschaft. Und da müssen die Regensburg unbedingt daran arbeiten. Ja, wir blicken auch ein bisschen auf das Geschehen nach diesem Oberpfalz-Derby und das machen wir ganz sachlich. Es geht hier überhaupt nicht. Das möchte ich vorausschicken, um eine Schiedsrichterschelte. Tatsache ist, dass der Regensburger Spieler Marvin Schmid zu Fall gebracht wurde. Er musste anschließend ins Krankenhaus, ist mit dem Kopf aufs Eis aufgeschlagen. Es gab keine Strafzeit in dieser Phase und der Weidner Spieler, der daran beteiligt war, wurde jetzt im Nachhinein für zwei Spiele gesperrt plus Geldstrafe. Andersrum Corrie Trivino, da hieß die Strafe auf dem Eis 5 plus Spieldauer. Auch diese Szene wurde nochmal begutachtet und Corrie Trivino kann heute spielen. Ja, wenn man sich die Szenen so ein bisschen vergleicht, eine ist das Low-Footing. Das heißt, der Spieler wird oben gestoßen sozusagen am Oberkörper, wird sozusagen umgerissen, die Beine werden ihm weggezogen. Da ist er sehr unglücklich auf den Kopf gefallen, war glaube ich kurz im Krankenhaus, ob man so gehört hat. In manchen Situationen würde man wünschen, solche Situationen, wenn sich ein Spieler verletzt, mal einfach den Videobeweis zu bemühen. Sie dürfen es nicht, wenn sie am Eis nicht aussprechen. Sie haben hier keine fünf Minuten gesehen, sie haben keine zwei Minuten gesehen, also dürfen sie die Strafe gar nicht überprüfen. Wenn man in so einer Situation sagt, du, ich gehe mal raus, schaue mir das an und beurteile dann die Szene, dann wäre es vielleicht für die Regensburger besser gelaufen, weil wenn dann Bohatsch sofort fünf Minuten bekommen hätte, wären die Regensburger da für Minuten Überzahl gewesen sein. Und das soll aber keine Ausrede sein. Also ich glaube, an dieser Strafe lag es alleine nicht. Ich bin gespannt, wie die Mannschaft heute gegen Dresden auftritt, bei denen auch zwei wichtige Spieler fehlen. Trulli Blanc nicht mit dabei und heute Janik Schwendeter im Tor, der Fangquote unter 90 Prozent hat. Gegenüber Danny aus den Birken, der heute nicht im Aufgebot ist, hat eine Topfangquote. Also müssen wir mal schauen, was die Regensburger da heute aufs Eis bringen. Ja, ich möchte nochmal auf die Schiedsrichterentscheidungen kurz eingehen. Das war von uns, ich glaube, sachlich dargestellt. Wir müssen da auch ein bisschen aufpassen, was wir sagen. Und es lag aber tatsächlich nicht daran, dass die Schiedsrichter so und so entschieden haben, sondern weil die Eisbären einfach zu viele Fehler gemacht haben. Und bezeichnend ist auch, dass man sagen muss, Eto Laurikainen, der Regensburger Torhüter, war der Spieler des Tages bei den Eisbären, hat drei, vier tolle Paraden abgeliefert und es hätte auch höher ausgehen können. Das Spiel in Weiden schließen wir jetzt ab mit der Meinung von Eisbärenverteidiger Patrick Demetz. Patrick Demetz, eine bittere 1 zu 2 Niederlage. Am Ende hat man nochmal alles versucht. Wie ist dein Fazit? Ja, ich denke, wir haben heute ein gutes Spiel geliefert, haben alles gegeben, haben das umgesetzt, was der Trainer uns verlangt. Und ich denke, jeder in der Kabine hat heute 200 Prozent gegeben. Dann kam ein Ausfall von Marvin Schmidt, der im Krankenhaus war. Und dann hatten wir auch einen dünnen Kader auf der Bank, aber wir haben niemals aufgehört, Gas zu geben. Und dann haben wir heute ein bisschen Pech gehabt. Am Sonntag kommen wir uns die Punkte. War die Verletzung von Marvin Schmidt ein bisschen ein Schock für euch? Du hast es ja bereits erwähnt, ins Krankenhaus gekommen. Ja, natürlich, das war ein Schock, aber wir halten alle zusammen. Wir hoffen, dass es Marvin gut geht und wir haben einfach weiter Gas gegeben. Dankeschön, Patrick. Dankeschön. Dankeschön, Patrick Demetz. Und wir wollen ja nicht nur negative Sachen über die Eisbären berichten, sondern auch positive. Patrick Demetz, einer der wenigen Nationalspieler, die im Regensburger Eishockey jemals vorgekommen sind, wenn ich so salopp formulieren darf. Er spielt für die italienische Nationalmannschaft, war auf Länderspielreise. In Ungarn, glaube ich. Genau, in Ungarn. Italien hat das Viererturnier gewonnen. Bei zwei der drei Siege war er mit dabei und er macht sich große Hoffnungen auf die italienische Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen. Und jetzt gehen wir von der italienischen Nationalmannschaft zu Dresden. Ja, Dresden, die hatten auch ein Derby. Und zwar das Sachsen-Derby gegen die Eisbiraten Krimicau, konnten das 5 zu 2 erfolgreich gestalten zu Hause. Für sie als zwei Ex-Regensburger mit an Bord. Andrew Jogen war jetzt lange raus, ist wieder mit dabei, hat zwar keinen Punkt gemacht gegen Krimicau, aber anscheinend eine gute Partie abgeliefert. Hammond hat, glaube ich, einen Punkt gemacht zum 1 zu 0. Die zwei Ex-Regensburger heute in der ersten Formation, gleich in den Starting Six. Ich bin gespannt, wie das Regensburger Publikum reagiert, ob da ein Five-Konzert ist oder ob es eher Applaus gibt für die zwei Meisterspieler. Bin ich auch gespannt. Wir blicken kurz auf die Regensburger Mannschaft. Nicht dabei, schon seit Längerem, nach seiner schweren Gesichtsverletzung, Martei Giesel, David Molli, der Kontingentspieler, nach wie vor angeschlagen. Marvin Schmid, nach dem Foul, im Nachhinein muss man es als Foul bezeichnen, in Weiden ebenfalls noch nicht fähig, wieder zu spielen. Und André Bühler, der uns in der ersten oder zweiten Drittelpause als Interviewpartner zur Verfügung stehen will, der humpelt auf Krücken im Moment. Ja, vier fehlen da. Für Regensburger wird es mal wichtig, dass wir da einen kompletten Kader haben. Richard Diewisch zum Beispiel, der jetzt lange raus war, am Freitag noch in der vierten Formation, heute in der ersten Formation, neben seinen tschechischen Partner Nikola Gajowski. Und Uli Liss steht denen zur Seite, aber auf die Aufstellung schauen wir später drauf. Armin, ich würde sagen, wir blicken jetzt mal auf den heutigen Spieltag. Ja. Ja, da einige Spiele, vier an der Zahl, beginnen um 17 Uhr. Krimitschau gegen Freiburg, die Eisbären gegen Dresden, Krefeld gegen die Füchse aus der Lausitz, Eva Landshut gegen die Kasselhauskies und um 18.30 Uhr Nauheim gegen Rosenheim, selber Wölfe gegen Weiden, auch ein Derby und die Ravensburg-Towerstars. Ich glaube, das ist auch ein Derby in Bayern gegen Kaufbeuren. Dann macht man weiter mit der aktuellen Tabelle. Ja, Kassel relativ souverän in dieser Spielzeit. 38 Punkte bisher geben nicht viel ab in letzter Zeit. Genauso Krefeld, Dresden dahinter, also Regensburg heute gegen den Tabellendritten. Die Eisbären auf Rang 10, der Vorsprung auf die Plätze 11, 12, 13 und 14 schmilzt in letzter Zeit. Es gab aber zuletzt die Niederlage in Nauheim und jetzt die Niederlage in Weidern. Ja, das ist das Bittere. Du verlierst gegen die zwei Mannschaften, die hinter dir stehen. Da hättest du dir eigentlich ein bisschen einen Vorsprung herausspielen sollen, aber hat aus Regensburger Sicht nicht geklappt. Und wie beide Mannschaften heute im Teamvergleich so dastehen, das ist unsere nächste Folie. Ja, man sieht es, Dresden hat 33 Punkte, die Eisbären 21, Dresden mit einem Spiel mehr. Insgesamt elf Siege, Regensburger mit acht Siegen, vier nur in regulärer Spielzeit. Viermal ging es da als den Sieg in Overtime oder Penaltyschießen. Bei der Niederlage ebenso achtmal verloren, achtmal in Overtime oder Penaltyschießen verloren. Und die Dresdner haben insgesamt neunmal bisher, im Gegensatz zu Regensburg, zwölfmal in die Overtime oder Penaltyschießen gehen müssen. Die Tore neun mehr auf Dresdner Seite und ganze vier wenige bekommen. Also von den Toren her ist gar nicht so der große Unterschied. Aber ein Unterschied ist in der Überzahlquote, Armin, weil Dresden ist bei 23 Prozent, Regensburg knapp über 16 Prozent. Da müssen die Eisbären unbedingt noch ran. Und auch in der Unterzahl, da ist Dresden vor den Eisbären. Ja, die Special Teams, die werden heute vielleicht wieder eine große Rolle spielen. Die Regensburger trainieren das ganz intensiv. Immer am Donnerstag gleich vor Beginn des regulären Trainings. Extra Übungen aber so richtig den durchschlagenden Erfolg hatten wir hier bei den Special Teams noch nicht. Und Strafen, ja, da gehen wir uns nicht allzu viel, weil ja Dresden ein Spiel mehr hat. Schüsse gesamt, da ist ein enormer Unterschied. 640 Schüsse bei Dresden, 437 bei Regensburg. Das werden wir heute nicht aufholen. Ja, das werden wir heute nicht aufholen können. Ja, aber das fehlt bei den Eisbären. Wenn du dir die letzten Spiele alle ansiehst, die Schüsse, nur auch die Schüsse auf das gegnerische Tor immer weit hintendran, teilweise 10, 15 Schüsse weniger als der Gegner. Und da müssen die Eisbären unbedingt dran arbeiten, einfach mal mehr Schüsse aufs Tor zu bringen als der Gegner. Ja, und wir arbeiten uns jetzt langsam Richtung Spiel vor. Viel Spaß bei der Partie Regensburg gegen Dresden. Bis gleich. Wir sind wieder zurück im Sport Deutschland TV Studio in Regensburg. Regensburg gegen Dresden. Nach den ersten 20 Minuten steht das aus Regensburger Sicht 0 zu 1. Wir haben einen Studiogast, wie angekündigt, André Bühler. Und man sieht es jetzt nicht so richtig, aber er hat einen riesigen Sicherheitsschuh am Fuß und seine Krücken hat er auch dabei. André, du bist hereingehumpelt. Wie geht es dir denn? Was ist im Moment Stand der Dinge? Wann kannst du wieder eingreifen? Ja, also es ist mittlerweile ein bisschen besser geworden. Wie du schon gesagt hast, ich habe einen Sicherheitsschuh. Das heißt, ich muss jetzt mal zwei Wochen wirklich schauen, dass ich den Fuß gar nicht belaste. Habe da vor ein paar Wochen einen Schuss draufgekriegt und das ist einfach nicht besser geworden. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich möglichst schnell wieder fit bin. Wie gesagt, also zwei Wochen Belastungsverbot heißt nächste Woche auf jeden Fall noch und dann müssen wir gucken, wie es ausschaut. Die Saison ist noch lang. Du wirst hoffentlich aus Regensburger Sicht, aus Regensburger Fansicht natürlich auch und aus Sicht der Verantwortlichen bald wieder eingreifen können. Wir schauen mal, bevor wir zu den Szenen kommen, so grundsätzlich aufs erste Drittel. Deine Meinung? Ja, es war eigentlich an sich kein spektakuläres Drittel von uns, aber auch nicht von Dresden. Also es war ein solides erstes Drittel. Ja, wir hatten ein paar Chancen. Dresden hatte ein paar Chancen. Dresden leider mit dem 1-0. Das war auch ein bisschen zu einfach, aber ich glaube, das schauen wir uns nachher nochmal an. Ansonsten, ja, wir hatten gute Chancen. Es war recht ausgeglichen. Also, ja, können wir auf jeden Fall drauf aufbauen. Freitag ist es nicht so gut gelaufen natürlich mit der Niederlage in Weiden. Wir haben vor dem Spiel hier schon im Studio drüber gesprochen, aber dass man jetzt sagen kann, die Mannschaft ist total verunsichert, das stimmt jetzt definitiv mal nicht. Nee, also so würde ich es auf jeden Fall nicht sagen. Wir haben immer noch ein sehr gutes Mannschaftsgefüge. Also jeder ist für jeden da und jeder springt da in die Presche, wenn es nötig ist. Und ja, wir geben alles. Wir sind jetzt nicht, oh Gott, heute kommt Dresden. Wir haben irgendwie Angst, sondern es ist alles wie immer. Bloß, dass die Ergebnisse leider zurzeit nicht so stimmen. Aber das versuchen wir natürlich wieder umzudrehen. So, Marco. Ja, wir haben vier Zehnern vorbereitet. Die analysieren wir zwei gemeinsam. Du nimmst den Hauptpart, weil ich habe es schon die ganze Zeit sprechen dürfen jetzt im Stream. Schauen wir mal drauf. Es gab erstens eine gute Chance für die Eisbien Regensburg. Ja, also super Chance. Leider mit dem falschen Ende. Also 2-1. Der Corey spielt den da echt gut rüber mit der Rückhand. Auch der direkte Abschluss. Also nicht viel Zeit für den Torwart zum Reagieren. Wenn der Schuss, sag ich mal, hochkommt, einfach in die rechte Ecke, dann ist er sicher drin. Genau das Gleiche habe ich im Stream auch gesagt. Ja, so hält er natürlich mit dem Schoner, weil er flach kommt. Aber gute Chance. Und den Nächsten hauen wir rein. Und dann gab es den Treffer zum 1-0 für die Eislöwen. Ja, also zu dem Tor, es war tatsächlich zu einfach. Also ein Querpass bei uns durch die Trap durch. Und dann haben wir den Spieler in der Mitte verloren. Ja, es war zu einfach. Also muss man einfach sagen. Standort der zweite Verteidiger schon gar nicht zu weit außen in der Szene, weil in der Mitte war da komplett alles frei. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht genau gesehen. Aber ja, natürlich, der zweite Verteidiger muss normal, wenn der eine Verteidiger rausgeht, schon ein bisschen in die Mitte rücken. Hier hat man jetzt gesehen, dass der Gajo auch in der Mitte da gewesen wäre. Also vielleicht hat er ein Gajo gesehen, aber in der Regel hast du schon recht, der zweite Verteidiger sollte da ein bisschen die Mitte absichern, dass da nicht Riesenlücken entstehen, so wie hier gerade. Dann gab es einen Pfostenschuss. Ich glaube, Travis Turnbull war es, wenn ich mich noch richtig erinnere. Da blicken wir jetzt drauf. Ja, da hatten wir Glück, weil das war ziemlich knapp. Ich glaube, das waren zwei oder drei Schüsse hintereinander, wo es da recht gefährlich war. Trifft da aus unserer Sicht zum Glück den Pfosten. Schwierig für den E2, weil der Gegner direkt davor durch den Screen durchfährt. Also er hat die Scheibe überhaupt nicht gesehen. Auch hier, wenn der aufs Tor kommt, ist er auch sicherlich drin. Ja, haben wir ein bisschen Glück gehabt. Und dann habe ich mir noch eine Szene vorbereitet zwischen den Fox und Sean Geis. Da schauen wir mal genauer drauf, weil für mich war es eine Fehlentscheidung, der Schiedsrichter, denn Fox gibt da erst drei, viermal den Crosscheck auch zum Gesicht. Wir sehen es jetzt hier unten in den Slots schauen, der erste, dann kam der zweite, dann der dritte und jetzt wieder und dann liegt er am Boden, geht nochmal nach und jetzt kriegt er die Strafe für Halken. Ja, also ich meine, völlig falsch eingeschätzt, muss man jetzt so ehrlich sagen, weil wenn der andere Spieler einen einfach versucht, drei oder viermal den Rücken zu checken oder dann Richtung Gesicht geht und man dann den Schläger vom Gegner festhält, dann beschützt man sich einfach nur selber und will da irgendwie keine Strafe ziehen, sondern das war einfach Selbstschutz und dass er dafür dann zwei Minuten kriegt, war peinlich. Dann geht es jetzt gleich weiter. Eine Frage noch an dich. Wie geht es aus? Reißt Regensburg das Ruder noch rum? Ja, also ich glaube, heute ist auf jeden Fall was drinne. Wenn wir jetzt die Chancen, die wir gesehen haben, es waren auch noch sonst paar gute Chancen, ein paar gute Tippschüsse. Hoffe ich, dass wir natürlich ein paar Tore machen. Ich sage, Dresden schießt jetzt hoffentlich keins mehr. Also gehen wir mal mit einem 3-1 für uns. Danke dir. Bitte. Das war unsere Analyse nach dem ersten Drittel, nach 20 Minuten hier in Regensburg. Regensburg gegen Dresden 0 zu 1. Wir sind wieder zurück im Studio von Sportdeutschland TV. Regensburg gegen Dresden. Der Spiel stand nach 40 Minuten. Marco, aus Regensburger Sicht natürlich total unbefriedigend. 0 zu 2. Dein Fazit vom zweiten Drittel. Das erste Drittel hat ja Verteidiger André Bühler schon gut zusammengefasst. Er war Studiogast hier. Ja, das Fazit ist, dass die Regensburg ihre wenigen Chancen nicht nutzen. Die Schüsse nicht auf den Torhüter kommen, sondern am Tor vorbei. Man hat explizit bei dem Tor von Dresden gesehen, der Schuss kommt flach, kommt auf den Torhüter. Der kann in dem Fall nur prallen lassen. Und den Rebound verwertet er selber. Und die Eisbären, nehmen wir mal Trivino am Tor vorbei, das Lässsack am Tor vorbei. Die Schüsse kommen gar nicht zum Torhüter hin. Also zu ungenau einfach. Und auch im Passspiel, Powerplay, du kommst ins Powerplay, kommst in die Aufstellung und dann wieder der Vielpass. Du holst dir die Scheibe, kommst dich ins Drittel, fährst wieder raus, baust wieder neu auf. Und da stimmt halt momentan einfach vieles nicht zusammen. Um überhaupt eine Chance, wie heißt das so schön in der Reportersprache, zu kreieren, haben die Regensburger einen unglaublichen Aufwand zu betreiben. Das dauert ewig, bis man dann überhaupt in Schussposition ist. Dann zieht man riesig aus, zum Beispiel Ole Liss, und dann gibt man wieder ab. Ja, es sind so Szenen, du sagst gerade Ole Liss, der kriegt die Scheibe an der blauen Linie in Überzahl, die spritiert man an den Schlittschuh. Wenn du vorne unter den ersten drei bist, dann bleibt die Scheibe drin. Was passiert? Die Scheibe geht raus. Wieder zurück, wieder neu aufgebaut. Es gab auch schon die ersten Pfiffe im Stadion im Powerplay, weil es einfach alles viel zu lange dauert, bis sie überhaupt in die Aufstellung kommen, bis sie reinkommen. Wenn Dresden in Überzahl ist, die haben jetzt auch nichts Besonderes gemacht, aber die sind sofort in der Aufstellung ein, zwei schnelle Querpässe und schon sind die im Drittel drin. Für mich ist das ein bisschen zu defensiv. Dresden steht mit drei Spielern hoch, wir stehen mit fünf Spielern tief. Und das Vorchecking von Dresden, die kommen gut rein, die lassen die Regensburger gar nicht aufbauen. Und das fehlt mir einfach ein bisschen. Dresden kann ganz einfach locker, lässig, leicht aufbauen. Ja, mit ganz einfachem Eishockey. Wir schauen uns ein paar Szenen an. Wir beginnen mit einer Chance für die Gäste. Ja, gut gemachter von Turnbull, legt die Scheibe durch die eigenen Beine zurück. Dann der Abschluss, starke Parade von Lauri Keinen, der eine überragende Partie macht, bekommt sehr, sehr viele Schüsse auf sein Gehäuse und an den beiden Treffern ist er einfach machtlos. Den ersten kann er nicht sicher haben und den zweiten auch nicht. Man hat es da jetzt wieder eindeutig gesehen. Dresden ganz schnell im Abschluss, da ist man drin im Drittel. Dann kommt ein kleiner Querpass über zwei, drei Meter und es wird sofort geschossen. Ja, ohne jetzt die Eisbären verteufeln zu wollen, wir hätten wahrscheinlich Scheibe angenommen, nochmal geschaut, geschaut, gepasst und wäre vorbei gewesen. Dann haben wir eine Chance vorbereitet von den Eisbären Regensburg. Abschlussversuch da, aber es war nicht der Abschluss, es war der Querpass auf Ryan Moser. Der bringt den Schläger rein, aber nur so, dass er keinen Druck hinter die Scheibe bringt, weil der Pass kommt zwar super gut auf seinen Schläger, aber er bringt halt den Druck, den Nötigen nicht rein, war ein bisschen weit weg vom Tor, wenn der vielleicht ein, zwei Meter weiter vorne im Slot steht, dann hat der Torhüter gar nicht mehr die Reaktionsmöglichkeit, den so einfach zu parieren. Und was du vorher angesprochen hast mit dem Abschließen, da gab es ja sehen im ersten Rittel, Nikola Gajowski, super guter Move im Mitteldrittel, fährt allein rein, der eigene Verteidiger versperrt die Sicht vom Torhüter und er passt wieder. Das macht halt Dresden anders, die nehmen da den Abschluss, da kommt nicht mehr nochmal der Querpass, nochmal links, nochmal rechts und einfach der Abschluss. Dann gab es das Tor für Dresden zum 2 zu 0. Oder die Szene zur Strafzeit. Schauen wir mal, was die Regie einspielt. Ja, das kommt die Strafe, da sieht man es nicht so genau. Für mich war es, ich habe mich fürchterlich aufgeregt im Stream, tut mir leid an dieser Stelle, aber für mich war es kein hoher Stock, das war wieder ein Crosscheck. Man sieht, der Schläger ist auf Kopfhöhe im Gesicht des Gegenspielers. Und für mich ist das keine 2 plus 2 hoher Stock, weil hoher Stock ist für mich unbeabsichtigt, wenn ich vielleicht um die Scheibe kämpfe oder so, aber da geht der Schläger bewusst nach oben und geht zum Kopf des Gegenspielers. Für mich sind das 5 plus Spiel dauern, zumindest 5 Minuten. Und dann Fox hat das im ersten Drittel schon gemacht, da wo der Schläger als Crosscheck 2, 3 Mal im Gesicht des Gegenspielers oder am Körperland. Und das braucht es einfach in dem Sport nicht. Warum macht man sowas? Also ich verstehe es nicht. Und das Problem ist wieder, die Schiris entscheiden auf dem Eis, 2 plus 2 hoher Stock, dann dürfen sie die Szene überprüfen und überprüfen die Szene, war es ein hoher Stock oder war es kein hoher Stock. Wenn sie rausgehen, wir überprüfen jetzt 5 plus Spieldauer, dann können es auch 5 plus Spieldauer geben, aber in dem Fall bin ich nicht 100%ig sattelfest, aber ich glaube, da dürfen sie es gar nicht machen. Es gab 2 plus 2, Regensburg dann in Überzahl mit ein, zwei guten Gelegenheiten, aber dann Strafzeit gegen Jakob Weber und letztendlich in der Schlussphase des zweiten Drittels dann unterzahlt dadurch durch diese Strafzeit von Jakob Weber der Regensburger und dann schlägt es ein. Ja, Wechselfehler von den Eisbären eigentlich. Und da haben wir es gesehen, der bringt den Schuss genau flach. Es muss ein Rebound kommen. Der kann als Torhüter den Puck gar nicht nach außen mehr abwehren, weil er einfach aus 3 Metern, 2 Metern der Schuss genau auf ihn kommt. Was soll er machen? Eto Lauri keinen. Aber er darf halt niemals so frei stehen. Noch dazu in Regensburger Unterzahl, also eigentlich völlig unverständlich, wie Fox da an der blauen Linie so lauern kann. Irgendwie hat man ihn verloren, vergessen. Ja, du wechselst halt. Du fährst zum Wechseln raus, aber da ist kein Beschützer als Verteidiger mit drin. Juma Grimm geht zurück, aber sie sehen beide den Gegenspieler nicht. Und wenn du so freie Bahn hast und das als Goldhelm, der weiß, wie er scoren kann. Fox hat auch die guten Qualitäten, nicht nur die negativen, die wir heute schon angesprochen haben. Dann ist das einfach ein Treffer, ganz klar. Und vielleicht müssen die Regensburger auch mal so spielen. Vielleicht müssen sie schmutziger spielen. Vielleicht müssen sie mehr Checks zu Ende fahren, härter spielen. Bezeichnen, der Stockschlag vom Jakob Ewer war klare zwei Minuten. Der hat den Schläger oben, schlägt von oben nach unten auf dem Arm des Gegenspielers. Das ist eine dumme Strafe. Da muss ich lieber einen Check fahren. Ich fahre einen Open-Eis-Hit. Hat Dresden heute auch schon ein, zwei Mal gemacht. Aber von Regensburg gibt es kein Open-Eis-Hit. Und da muss dann einfach mehr kommen, finde ich, dass du das Spiel wieder auf deine Seite reißt. Kommt noch etwas von Regensburg oder sorgt Dresden für die vierte Regensburger Niederlage hintereinander? Schauen wir mal, wie es ausgeht im letzten Drittel. Aktueller Spielstand nach 40 Minuten Regensburg gegen Dresden 0 zu 2.